so moin leute und herzlich willkommen es ist soweit auch wenn es Prozent ich würde sagen ziemlich verspätet jetzt endlich da ist meinen 50 Abonnenten Special ich entschuldige mich für die Verspätung ich will es immer machen dann kam ich aus irgendeinem Grund doch nicht dazu aber jetzt ist es soweit wollen wir gar nicht lange sammeln ähm ja vielen Dank an meine Abonnenten ähm vielen Dank für eure Unterstützung ihr seid die besten ich weiß dass er geht es zu sein Abonnenten aber ihr seid wirklich die besten ähm Prozent Joachim es gibt zu sagen also als kleines Special mache ich etwas was um wahrscheinlich viele machen und viele kennen was sie aber trotzdem als eine ähm schöne Art und Weise als Special finde ähm und zwar werde ich ähm Kanalvorstellungen machen ähm wenn ihr Bock habt bewirbt euch einfach ähm mir eine persönlichen Nachricht schicken eine PN äh und falls es Sachen gibt die zu beachten sind also wenn ich da irgendwas erwähnen soll oder nicht erwähnen soll oder klar machen soll in dem ins irgendwas zu erwähnen gibt was ich wissen sollte dann schreibt es auch in die PN bitte nicht in die Kommentare ähm dann der ist einfach nicht so meins bitte wirklich PN ähm dann dann wollte ich mich auch dann auch noch mal ein besonderes Dankeschön an meinen alten Designer für mein altes Design das war der die Fahrt der übrigens auch mein Intro gemacht hat auch danke da noch mal für also ein besonderes Dankeschön an die Fahrt und mein nun ist momentanes Design hat mir der XX Prank Gamer XX gemacht vielen Dank auch noch mal dir ähm ich finde dass die seien äh ziemlich geil und ja an die Fahrt und XX Prank Gamer ein besonderes Dankeschön und an euch alle natürlich auch ähm zu den Kanalvorstellungen ich werde versuchen ähm also ihr wisst ja oder ich hoffe dass ihr es wisst oder jetzt ist es dass ich oft nur am Wochenende also Freitag Samstag und Sonntag Zeit habe das bedeutet wenn ihr zum Beispiel Montag schreibt mir eine PN schreibt dann kann es sein dass erst Freitag eine Antwort kommt ähm also darf nicht wundern und ähm die Kanalvorstellungen wie ich das mache ähm ich ähm guck mir den Kanal an wärt ihn zu 100% zu 99,9% sagen wir mal so auch abonnieren ähm ihr persönlich müssten mich nicht abonniert haben was aber schon schön wäre ähm ähm ja ja also einfach persönliche Nachricht und ja dann äh unterstützen mich bitte weiterhin und ja vielen Dank nochmal an alle und tschau das war mein 50 Abonnenten Special mein erstes 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 Vielen Dank.